Grüßt euch meine Lieben! Hier ist Fabiada Andi vom Elsa-Kanal. Wir sind im Urlaub, wie ihr seht, und zwar sind wir in Kroatien, etwas nördlich von Dubrovnik. Da haben wir jetzt eine Pause gemacht und einen ganz tollen Strand gefunden. So ein Sandstrand, das bekanntermaßen in Kroatien eine Seltenheit ist. Aber ihr seht da hinten Sand, soweit man gucken kann. Die Hunde haben einen tierischen Spaß. Die haben eine zwölfstündige Fahrt hinter sich. Die haben sie problemlos natürlich mit den entsprechenden Pausen gemanagt. Also ganz tolle, ganz tolle Hunde. Haben sie ganz toll gemacht. Jetzt ist natürlich der Auslaufbedarf an allen entsprechend groß. Ja, also das sind jetzt mal so unsere ersten Urlaubsgrüße auch an euch, an meine Follower. Wir werden euch regelmäßig mal hier auf dem Laufenden halten. Da haben wir einen kleinen Kläffer, der begrüßt uns auch. Okay. Ja, und dann werden wir noch mal gleich hier ein bisschen was schmeißen. Ja, also in diesem Sinne, wir melden uns wieder. Bis denn, euer Andi.